Musik Jedes Jahr im Frühjahr findet er statt, der SKS Mountainbike Marathon in Sundernhagen. Ein großes Highlight des SKS Mountainbike Marathon ist die Downhill Strecke in Wilde Wiese. Und hier kommt die Nummer 1 am 28.04.2012 auf dieser Strecke. Ein Profi bremst nicht, ein Profi gibt Gas. Jetzt heißt es dranbleiben, denn die Verfolger sind schon da. Die Verfolger sind schon da. Er muss es nur einen, langsamerischen Rund place und die Rad-Letter passiert. Die Verfolger ist schon da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020